Metriso B530 Das digitale Widerstandsmessgerät Metriso B530 dient zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerständen sowie Oberflächen- und Ableitwiderständen. Außerdem verfügt das Messgerät über einen Niederohmmessbereich und ein integriertes Voltmeter. Die im Lieferumfang enthaltenen Elektroden Modell 870 können mit einer Verlängerungsstange ausgestattet werden, mit deren Hilfe sich Bodenmessungen bequem durchführen lassen. Für die Bestimmung der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte steht das optional erhältliche digitale Thermohygrometer TF530 zur Verfügung.